hallo ihr lieben und herzlich willkommen zur neuen folge heute haben wir sonntag den ersten mai und ich würde hier mal ein experiment wagen ich werde das ganze video über mal nichts quatschen versprochen ihr dürft einfach mal die stille genießen einfach mal die videos unverfälscht aufnehmen und schreibt doch gerne mal in die kommentare ob ihr das lieber häufiger so hätte das weniger gequatscht wird oder wieder die kommentare wie in den folgen zuvor ja apropos quatschen hören wir mal auf viel spaß dabei tschau bis nächste woche was ist denn hier die straße dann müssen wir den feierabend machen wollen am freitag also wir können ja versuchen 13 zu holen es steht überall dran und nur gerade aus was macht der voll in die weißt du selbst die straßenbahn hat mit gewimmelt hast du dich gerade voll erschrocken markus was das ist nicht mehr nicht mehr nicht mehr nicht mehr Beep Was ist los? Was los ist? Du hast hier eine Kehrtwende. Ich sag, du musst doch mal gucken. Kannst doch nicht einfach rumdrehen. Ja, fahr mal weiter. Ja, mach ich. Ciao. Also echt. Passt. Oh, das ist so schlecht. Ist auf! Bereit? Nee. Alter. Gibt's doch nicht, ey. Ist oben oder was? Ein Kurzbuch, aber? Ist *** da. Alter. Könnt ihr alle... Ja. 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 Ich bin ja in der Mitte. Ich bin ja in der Mitte. Ich bin ja in der Mitte. Ja, das ist ja mit 6.5 kmh. Wir machen eigentlich alle runter, das verstehe ich. Ok, das war auch nicht so. Alles möchte ich euch machen. Hallo, was an ihr seid. 2 x 20€ wegen Schlüssel. Ich bin mal dritt, ich bin mal dritt. Ihr könnt mal dritt, Cayman zum Kunden. Willst du mich verarschen, oder was? Alle warten hier! Das war ja nun wirklich, ja. Die Aktion ist ja auch aus, mal das. Ja, das kann man nur sagen. Der Bus war noch. Der Bus kann ja die Regenmassen ja nicht verarbeiten. Ich bin jetzt Ecke weit linksstraße. So, die eine mal wissen, wie so ein Regensensor mit dem Regenmassen... ...und deswegen ist es für ein Regenmassen... ...und wieder auf dem Regenmassen.